auch nur spaß angeschrieben war ja nicht wollen wir mal ich habe heute schon ein paar runden mal gucken ob es jetzt besser weil die mal weg rennen warum haben spinnen mehr angst uff kriegt er den noch ist bestimmt bild für die götter wie er gegenseitig von euch weg rennt man merkt es kaum aber man merkt es wo ja aber schlecht ach man ist viel lustiger wenn ich bin anfangen zu reden sehr schöner was manche spinnen attackieren nicht also ich kenne diese springspinnen die ich ab und zu mal anspringen glaub mir ohne diese tieren noch ekelhafter ist das beste was ich mal den gegenspielern stich ich dachte das ist viel mehr ungeziefer im haus jetzt gleich kriegt das ist mein ich glaube ich habe den mussten mal wieder ölen oder so keine ahnung ich schreibe noch danke immer knöchte die gehen also so viel angst vor allem was für weber dinge weberknechte die normalen hausspinnen genau die mit den langen dünnen beinchen ach die manfreds manfreds glaub mal ich habe damals im erhok am wald gewohnt da hat es schon mal richtig krasse spinne maus ich habe am see gewohnt da hat aber meistens mücken im haus mit dicken beinen behaart und die sind dann richtig schnell durch die wohnung geflitzt wenn die angst hatten wir reden schon von 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 spinnen nicht von affen ne das waren schon spinnen acht beine augen die der kennen konnte ich kann ja keine spinnen töten fangen die immer ein und bringen die raus nein in der wohnung leben aber nur weil ich die davor wegrennen und die dann von mir also rennen wir voreinander wieder weg oder ich nehme staubsauger nach komm ich dachte erwischt den noch ja die sind schon gut groß und schnell wir hatten mal so eine große da hat das normale glas nicht mehr gepasst hätte ich den bein oder mehrere beine abgetrennt bei mein hund hat man nicht mehr also mehr ja da essen wir auch multimetamin schönes ding ja was bekam ich uns hier grad ja mein hund ist doch besten und spinnen ach und äh biegen und so komische insekten schneider auch ich find's dann immer lustig wenn wenn der hund versucht die fliege zu schnappen und dann geht's voll in die hose weißt du iron ähm bei dem wie die dann immer da hinterher springen bei dem punkt dieser waldspinne ei der kam eher dran ähm ich saß im wohnzimmer da hab ich noch fernsehen geguckt und saß vor der glotze wie man sich im augenschein nur was schwarzes über dem teppich huschen ich wusste nicht was das war und das war dann unter der kleinen couch als ich dann unter die couch geguckt habe konnte ich so schemenhaft etwas großes erkennen dann hab ich versucht mit ich glaub mit der zusammengerollten zeitung unter der couch das rauszuschieben und dann kam sie rausgerannt war schon übel also übel groß nein so ganz warm bin ich noch nicht oh mein Gott uff die ist auch stumm ok ooooh du wärst doch schön mitgegangen Eis ja kann ich meine Milchschnitte essen eine Milchschnitte Milchschnitte meine Milchschnitte gold 2 definitiv nicht uuuuh ich starte direkt mit dem Patrick sehr gut warum ist das nicht immer so naja jetzt machen wir nicht den Teufel an die Wand ne oh meine Ehoffmann hm ich hab keine E mehr nur noch normale Sekretten hm hm kein Lust mehr drauf oder was ne 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 n 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 Da muss er sich eine leisere holen. Was hast du? Ach komm! Ich hab's noch versucht, aber der ist dron vorbeigekommen. Ich hab gesagt, dann muss er sich eine leisere holen. Also es war keine E-Dampfer, sondern ein E-Dampfer. Ja, das sag mal so, das ist schon ein Alper-Kühl-Block. Okay. Long neck. Wow! Jo, na sie, eine gute Nacht wünsche ich dir und erhol dich gut. Mag was reinschauen? Oh mein Gott. Gut noch. Ich kam zu kurz. Was war denn das? Ich kam zu kurz. Was war denn... Okay. Oh! Unter der Decke ist er gar hämmert hier. Heck! Ach, klar. Hey, ich hab' keinen Boost. Ich auch nicht mehr. Oh no! Ah, haut er mich weg. Hoppala. Wies. Ich bin ich auch waseres gewohnt. Und dann auch noch Regner zu fahren. Ja. Why not, ne? Den nimm ich. Der ist doch vorbeigefahren. Du bist aber auch schon Schlimmeres von mir gewohnt. Kommt nirgends auf deine Seite. Oh nein, da kommt wieder rüber. Uh! Geht da hin! Ne, geht da hin! Oh no 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 no! Oh, geht links rüber. Abgefahren. Geht da hin! Ups. Da bin ich aber besseres von dir gewohnt. Ja, ich mach wenigstens ein Save. Und du? Ich hab aber noch einen Punkt. Au! Aber das ist ja auch eine Milchsschnitte gegessen, ne? Genau. Jetzt gehst du auf Punktejagd. Ey! Au! Ich bin kaputt. Warum bleib ich denn stehen? Jetzt klausst du mir... Nein! Unterlage! Oh mein, dieses Kitty Cat. Wow! Oh nö! Oh nö! Oh! Hey, ich bin zu schnell! Wow! Aber da komm ich nicht eher dran. Oh shit, ich werd rangekommen. Danke! Der war gut. Das war aber jetzt lang gebraucht. Jetzt darfst du ja furcht. Ja, vor allem... Erst muss der Gegner mitspielen. Guck! Ja, eine Ballberührung. Direkt eine Parade gemacht. Sehr gut. Jetzt hab ich den Ball angestoßen. Eine Milch... Eine Milch... Schlüttfe? Boah! Ich kann schon gar nicht mehr richtig ablesen hier. Oh wow. Ui, der kommt fies. Boah, schön geil. Komm mir nicht auf mein Heck raus. Moment, ich stehe noch weiter. Ich gehe nach vorn. Der kommt sehr gut. Oh, und ich knall an die Latte. Ich kann das nicht. Puh! Hör auf! Nicht um Gott sagen. No go! Ach, go! No go, no go! No go, no go! No go, no go! Warte! Komm mir nicht! Ah, shit! Oh. Nicht. Inten rechts ist noch ein Boost. Ach, der Gegner hat ihn, shit. Wow, Nachschuss. Oh, zum Glück nicht richtig erwischt. Schöner Schuss. Guck mal, die Milchschnitt hat gestärkt. Die Milchschnitt. Sind die Karison? Ach, ja. Oh, blöch. Trinken kann er auch nicht. Hast dich wieder beschlappert. Ja. Oh, der wäre fast dringend gewesen, Mann! Fast ist nicht ganz. Geh weg, blöser Keeper. Oh, das ist eine Kirche, ey. Du bist gemopst. Komm mir nicht! Äh. Da steh ich nicht. Boah, da bin ich zu spät. Den nehm ich aber. Nicht! Nicht! Äh, Quetschball. Ja, der wäre jetzt bei uns auch vorgekommen. Mhm. Längerung. Ähm. Okay. No! Schön! kappen ist er fritz fritz nicht fritz 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 frische fische auja kappen ist